Die Ehringlatze. Das ist Plasma. Das ist Wahnsinn, wie Steam immer so lange braucht. Ja, ja. Ich habe heute für 50 MB Update habe ich 3 Viertelstunden gebraucht. Oh, das ist gut. Ja. Und dann hatte ich ein 3,4 GB Update. 2 Minuten. Ja, so war es bei mir jetzt auch. Golf ist so schön und geschmeidig innerhalb von einer Runde runtergeladen. Ja, dann gibt es so ein kleines Update und das brauchst du gefühlt einen halben Tag. Ja, das ist so übelst nervig einfach nur. Ja, Steam sollte da unbedingt mal dran arbeiten. Das Beste ist ja bei COD. Lädst du bei COD das Update auf dem europäischen Server runter? Bist du, sag ich mal, bei 80 GB so bei bei mir so bei 3, 4 Stunden? Gehe ich auf den asiatischen Server halbe Stunde? Ja, aber das liegt nicht. Das liegt daran, dass es halt weniger ausgelastet ist wahrscheinlich. Ja, deswegen ja. Aber dazu sagen die meisten, wenn das Update gerade rausgekommen ist, geh immer auf den asiatischen Server, da lädst du halt so schnell runter, weil da einfach... Weil das sind keine FPS-Gamer. Weil das einfach so überlastet ist, der EU-Server. Weil da läufst du, wenn das gerade rausgekommen ist, dann lädst du mit vielleicht 10 KB die Sekunde runter auf dem EU-Server. Da mit 10 MB. Ja, aber in Asien sind halt auch so FPS-Studio und so nicht so vertreten, ne? Ja, also es hat halt einfach wenig. Also was mir halt aufgefallen ist, das ist, dass gerade bei so kleinen Spielen streamen immer mit voller Daten, eine Menge Datenpakete. Und deswegen braucht es immer dann so ultramäßig lange. Das ist das Gleiche wie bei vielen anderen Scheißen, dass die Hersteller und so oftmals das ist einfach nicht kapiere, dass sie ihre Partei nicht einzeln schicken sollt, sondern einfach komprimieren, komprimiert rüberschicken als ein fettes Ding. Und dann habe ich noch eine Software dahinter, die erkennt, wann ein Download-Abbruch wird oder nicht. Und da weiß ich ganz genau, wo ich wieder anfangen muss mit einem Rundelader oder auch etwa und schlups, lade ich das Ding mit einem Schlag. Nein, mittlerweile ist ja so, es ist ja sogar schon so, dass die Dolphys Spiele komplett neu runterlädt, weil die Hersteller's Fouls sind, einfach Pugs zu eliminieren. Nein, da wird gleich das ganze Spiel draufknallt. So, Golfe-Geschwunde, klar. Spart euch Nerven, Meatball. Ich habe fast zweieinhalbtausend Stunden im Game verschwendet, also meine Nerven sind eh schon tot, also da kann nichts mehr passieren. Wer ne Waffel wie heißt? Äh... Die Waffel. Du heißt aber bestimmt nicht Waffel. Ne, ich heiße The Only Reward Flat Waffel. Äh... Warum auch du immer so heißt. Ich bin froh, dass ich den Spitznamen Waffel bei dir da hinten anhang habe, sonst hätte ich die von der Liste geschmissen. Ja, ich change immer mal wieder meinen Namen. Das hasse ich, Speedy Pest. Willst du so einen Spitznamen von mir kriegen? Also bei allen Leuten, wo ich mir den Namen nicht merken kann, dann gebe ich einen Spitznamen und ich sage dir nach einem halben Jahr, werden die Leute nur noch mit dem Spitznamen angesprochen. Oh ja, komm, hau raus. Überlegen, wir hatten einen, der hieß Eseror und ich hab ihn einfach Diesel genannt, weil das einfache geht, der heißt halt dem Diesel. Weil... Ja, den gibt's halt so... Also normalerweise heiße ich eigentlich Waffel Games im Game, aber ich werde immer Waffel dann genannt. Musst du irgendeinen guten Spitznamen aussuchen. Ja, Waffel. Ja, nee, da musst du einer so sein, der so... Weiß ich nicht. Ich überleg mir einen. Äh, Waffel? Ich finde Tom bei dir, Russki, bei mir Blacky oder Waffel und das ist ein Name, die sind geil. Herr Blackman, wie viel hat der Golf jetzt insgesamt gehabt? Äh, 2,6. Ja, 2,4, 2,6 Gigabyte ungefähr. Also ja, 2,6 Gigabyte. Und wir sind schon befreundet? Wann haben wir bitte miteinander gezockt? Äh, ganz früher war ich. Ganz früher. Wann haben wir denn bitte miteinander geschlafen? Ah. Ist schon etwas länger her, wo, äh, wo Waffel mal bei uns auf dem Server war. Auf dem TTT-Server. Oh, da habe ich einige Stunden verfolgt. Keine Ahnung mehr, ey. Warte, hieß es mal anders? Waffel Games hat mal bei uns, äh, so etwas aktiver TTT gezockt, wo 10 Uhr noch da war. Ja, das... Das kenne ich doch eher an, der Bondage Boy. Genau, genau. Äh, Bondage Boy. Äh, ah, BDSM-Dude. Jetzt muss man mal Waffel einsteigen. Ja, okay, damit ich nicht mehr. Genau, den kann man, kann man vielleicht auch noch besser. Daher kenne ich dich mehr vom Namen. Ich weiß nicht, war das auch, war das auf eurem Server, wo auch Julia oder so mal ganz früher war? Ja, Julia Victoria, beziehungsweise Blitzcrank Minerin, oder wie die hieß. Ja, ja, genau, genau. Und so ein Prophoren. Das war noch eine gute Zeit. Lieschen. War das aber Julichen da? Ja, Julichen. Ja, genau. Ganz am Anfang hieß sie ja Blitzcrank Minerin. Keine Ahnung. Weil die immer LOL gespielt hat. Ich glaube, wegen ihr bin ich überhaupt, ich glaube, durch sie bin ich überhaupt auf dem GTT-Server, glaube ich, dann geblieben. Eigentlich war, eigentlich war es so das Witzige, auf Knödels, hat ein Typ zu mir gesagt, bei dem ich GTT gespielt habe, sehr oft, komm, lass uns bei, lass uns auf Knödels drauf und tun einfach random killen. Das war der Anfang, wo ich in Knödels reinige, aber das habe ich nie gemacht, aber weil ich kein Bock habe auf random killen, weil ich das selber scheiße finde. Da habe ich einfach normal gespielt. Da hattest du so coole Admins, ne? Ne, das erste, was ich gehört habe, war erstmal, glaube ich, Quartos-Stimme. Das war, glaube ich, das erste. Ich glaube, Quartos habe ich als erstes gehört und dann, ja, keine Ahnung. Ich habe den Server halt irgendwann gefunden, habe dann immer nur auf den Server gespielt, weil ich den cool fand. Aber das Problem halt war auch noch halt auf, ähm, Zeit, wo der angesagt war. Das war, das war eine geile Zeit, so, wo er immer so voll war, zu jeder Zeit quasi. Könnte vielleicht kurz laut werden, hier fällt, glaube ich, gleich ein HD lang. Ah. Ich glaube, ich glaube, der Map-Ersteller ist gerade, ich glaube, der Map-Ersteller ist gerade bei uns im Stream. Ja. Wer ist denn das denn? Ja, unten, der Smithereens Gaming. Der ist nämlich gerade bei uns im Twitch-Chat drin und schreibt, Map-Herz vom Creator. Ah, nice. Keine Ahnung, wie er es überhaupt das irgendwie gefunden hat, aber nein. Äh, Wampi, der wird wahrscheinlich nicht deutsch sein. Mir egal. Äh, Blattere, Meatball, wollt ihr mitspielen? Äh, ich werde erstmal, ich werde eine Pause machen, ich komme vielleicht später dazu, ich muss erstmal was essen, ich habe gar nichts mehr gegessen. Warum steht eigentlich bei mir im Stream, dass das noch Echo drin ist? Nee, das frage ich mich gerade auch. Shift F5. Äh, springt mal, wie das Twitch-Chat drin hat. Also, ich bin gerade kein Plan drin, der Freundesliste, und da ist ein Kollege von mir drin, der wundert mich, warum du mit dem befreundet bist. Ruski und Blackman, dann bitte starten. Warte mal, wer? Jawohl. Dr. Cancer, der heißt eigentlich Nonny. Dr. Cancer, warte mal. Da muss ich nochmal nachdenken, wo ist denn der? Ja, Nonny wahrscheinlich damals. Ja, Nonny, deswegen, weil ich bekam das Bild bekannt. Womit zuckt? 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 Ja, das auf jeden Fall. Wenn, das ist auf jeden Fall durch CSGO. Ich habe ja, ich habe ja immer mit Blackman und so nur teilweise CSGO gespielt und du hast niemals mitgespielt, weil du keinen Bock hattest auf mich, glaube ich. Das kann gut sein, ja. Womit starten. Richtig nett überhaupt, wo ich das gehört habe. Ich weiß, ich bin halt einfach ehrlich. Erstmal rauszoomen. Das Witzige ist, das habe ich schon durch Blackman bekommen und nicht durch dich. Okay, dann nicht ehrlich. Das war asozial, wo ich das gehört habe. Aber okay, ich bin drüber hin. Ey, ramm mich nicht. Das Game ist halt, ich schluch's ja weh. Ey. Das ist meine Bitte. Was muss man da jetzt machen? Das ist quasi Fall Guys. Fall Guys in Golfwitz. Erste Kurve geht nach rechts. Schlag ich denn nochmal? Wie geht denn das? BASB. Ach, das ist ja gar nicht schlag. Das ist ja... Ach du Kacke. Ich hoffe mal, das Kollision aussieht. Halt, Halt. Nein, ist an. Nein, ist an. Ach, du schreien wir mich. Also ich hasse denjenigen, der mich hier gleich runterhaut. Mir ist so sterben, ich schreie das ganze Ohr durch. Wie gut, dass ich mein Headset auf ungefähr 5% gestellt habe, damit ich selbst nicht rumschreie. Ich schreie, den Schreier ist doch noch 2 Zimmer weiter. Ich muss erstmal die Lautschrei runtermachen. Ich dachte gerade, das Ziel hat bei mir nicht gewertet. Ich weiß nicht, wer ist der Blaue? Wer ist der Blaue dahinter mir? Ich? Du bist ein... Du bist ein Ohren! Wenn du so langsam bist, kann ich ja nichts für. Aber Quartor, ich bin schön, dass du erst rechts den Weg nehmen wolltest und dann runtergefallen bist. Ja, ich wollte es halt einfach versuchen. Ich habe es auch überlegt, aber dann habe ich dich fallen sehen. Ich war halt zu schnell, habe die Kurve falsch gekriegt. Schmeißt du mich runter vor den anderen Problemen? Hol den dir, hol den dir. Ich bin gerade auch runtergebrochen. Hau dich selber runter, alles easy. Die Map ist scheiße, die gefällt mir jetzt schon nicht. Ich war eigentlich nicht auf dem Trip, dich voll runterzuhauen, aber hat leider nicht funktioniert. So, wir dürfen jetzt noch eine Minute warten, oder bis Plasma im Ziel ist? Ja, eine Minute warten. In der Zeit gehe ich nochmal ein Stützel essen. Mach das. Immerhin schaffe ich jetzt bis hier hin. Springen einfach rüber. Geht der leider nicht. Das ging mir ja nicht sein müssen. Ach, die hat ja sogar nur 10 Löcher. Ja, und die nächste hat glaube ich sogar nur 6. Aber ich frage mich gerade wieder, wenn man nur rollt und nicht schlägt, 1, 2, 3, 4, also die Schläge zählen kann. Nein, Platzierung. Platzierung. Ach so. Das ist wie bei Fallgeist. Ah. Ach du Scheiße. Oh yes, das mache ich. Witten! Äh, hallo, ich will noch nur einen weiter. Ja, boah, Alter, das ist doch mal so. Ein, ich fall runter, tschüss. Hallo, lass dich doch mal bese an der Wind. Ich komme da nicht mehr dran vorbei. Oh nein. Ich habe einfach mal 4 Stück gemacht. Oh ja, ich bin nett. Alles klar. Lass dich doch. Lass mich doch auch. Ich muss doch auch. Nein, nein, nein. Nein, Flo, äh, Flo. Warum sage ich immer Flo zu waffeln? Ich weiß nicht, warum. Hallo, ich komme da nicht dran vorbei. Ich hau immer dagegen. Was? Du bist doch ein... Nein. Ich fall auch schon wieder runter. Ich fahre gerade durch. Ach man. Ja, ja, ja. Ja, du. Ja, nein. Oh, jetzt. Ja, 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 nein. alles scheiße hier. Nein. Ich weiß nicht, was Eric Glens macht, aber der macht man mir halt durchs Heim und bleibt durchs Heim und bleibt durchs Heim. Ja. Was hast du gesagt, Black Man? Eric Glens macht man mir gefühlt durchs Heim und bleibt durchs Heim und bleibt durchs Heim. Ja, das ist aber so, weil bei jedem die Schräge immer so ein bisschen anders ist. Richtig. Die Schräge ist nicht synchron. Ja, das wird auf jedem PC einzeln gerechnet. Das macht Sinn. Aber bei mir fliegt er nämlich auch gerade durch die Gegend. Ja. Aber bei mir ist er auch immer unter der Platte. Ja, das wird halt nicht vom Server synchronisiert. Ich komme einfach nicht voran. Das ist immer so schlecht. Quartor und die Ehrenplatze. Eh, Ehrenplatze rechne ich schon nicht mal mit. Boah, er hat's aber geschafft. Quartor ist das? Quartor ist das? Ja, Quartor hast du dann los. Wuhu! Tschüss! Auf ein neues. Eine Minute hast du noch. Quartor kriegst du hin. Easy. Ich will mir jetzt nach dem zweiten Losch an die Hände schwitzen. Es ist nicht mehr normal. Ja, die Waffe da einfach mal durchfliegt. Kann das sein, dass er den Web schon mal gespielt hat? Nein, tatsächlich nicht. Oh Leute, ja, wow, cool letzter. Du musst einfach am Anfang mindestens ungefähr so 10 Sekunden stehen bleiben und dann einfach nur durchrollen. Komm Quartor, mach doch. Nee, Quartor, komm, geh mal weg hier. Das war doch grad so schlimm mit vorne. Nein? Nicht in diese Richtung schlagen lassen, ich möchte gerne in die andere Richtung. Nein! Bleck! Nein! Hallo! Plasma hat mich auf'n Ziel überholt, der Arsch. Der bleckt sich auf. Egal, vorletzter nur. Ähm, ja. Okay. Oh lol. Ja. Hä? Die Teile gehen kaputt, es gibt nur einen richtigen Weg. Ich schaffe ja noch nicht mal den, den, den Sprung zu den nächsten. Wie springt ihr? Gar nicht. Einfach gar. Du springst automatisch. Ja, du brauchst noch ein bisschen Schwung, damit du übersiegt auf... Weil ich hab grad von der zweiten auf der dritten echt Probleme gehabt. Dritter, wuuuh. Einfach Vollgas geben und nicht anhalten. Weil sonst verlierst du den Schwung. Ja, mit rechts und links musst du so'n bisschen. Ja, aber du darfst nicht S drücken, dann hast du sofort verloren. Ich glaub, ich hab das jetzt gerade sogar mit S gemacht. Nein! Nein! Oh. Oh, eine Runde. Am Ende nicht bremsen, ne? Nein! Also den Weg hattest du ja schon. Du musst eigentlich nur geradeaus quasi. Eigentlich nur W drücken. Und dann halt immer nach links und rechts mit am besten. Ich hab's mit raus gemacht. Jetzt schaffst du es. Was ist das? Easy! Easy peasy! Echt? Jetzt sitzt du dir auf'n... Eifah! Nein! Falsche Richtung! Ach, Quator! Schau mal die Dürre hier ab. Geh mal aus'n Weg hier. Ja, lass mich noch dazwischen. Oh Scheiße. Ich hab' mich richtig verkackt. Hallo! Hallo! Jetzt muss ich wieder warten, weil ihr zu dick wird. Hey, raum ich dir nicht weg, du Arsch! Hallo! Pator! Hey! Lass mich einfach mal hier durch! Bleib nur ruhig! Ey! Ja! Ich war da lang, ist auch nur los. Danke! Ich hab' mich geblottet! Was soll denn das? Wer hat mich denn da jetzt gerade angeschubst? Das war echt zu weh! Alter, wie kann man denn so ein Ausfall? Hallo, Charo! Hallo, Charo! Ey, Basti! Ach, Quator, macht er noch? Ihm gefällt das Labyrinth! Das ist so irritierend, wenn's wirklich bei jedem anders ist. Einer kommt durch, der andere backt sich wieder durch. Der hat alle blocken sich dann. Das ist echt zu weh! Ach, hier muss man einfach nur in der Mitte stehen, weil hier erhöht es sich nach der Zeit. Ja, geh weg! Ich komm' da nicht mehr drauf. Ach so! Jetzt ist er! Mein Platz! Weg da! Quator sieht nur zu! Warum soll ich mir jetzt damit kämpfen? Mach doch mal auf den Platz da jetzt! Ohne, das hab' ich mir gerade auch gedacht! Hallo! Ladies first! Hallo! Lass uns nicht mal alle runter hier! Kämpfen jetzt gegen den anderen! Gleich ramm ich's einfach weg! Ja, aber du kriegst nicht genug Schwung dafür, um da hochzukommen! Na jetzt! Mein Platz! Nee! Ey! Lass ihn tun! Ja, jetzt! Klar, gerade jetzt nur zuschauen und jetzt sich da oben her zwischen schieben! Nein! 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 Ich hab's geschafft! Ich hab's geschafft, glaub ich! Nein! Ich war erster! Wie war? Wie hab ich das gemacht? Nein! Unser Plan ist nicht aufgegangen! Haha! Nee! Weil ich war ober und dann hat's eine Runde geholfen! Flippers! Oh! Block dich doch nicht jetzt! Meine Fester geht doch nicht! So geil! Das reicht! Das kann reichen! Das reicht sogar! Kommt zweiter Platz! Oh mein Gott! Oh! Ich schaff das nicht! Mhm! Ich würd sagen Meter Vorsprung maximal! Wow! Und Quarto rackert sich wieder ab! Naja! Quarto geht in die andere Richtung! Der macht den Rückwärtsgang! Quarto, das Ziel ist oben, nicht unten! Haha! Ich werd irgendwie gar nicht so schnell, um da hochzukommen! Geh an der... Geh an der... Einfach gerade aus! Ich bin komplett ohne die Dinge hoch! Einfach an der linken Seite entlang! Ja! Oder einfach ein bissle, äh... Links, rechts, weißt du? Einfach gedrückt halten nach oben! Und den langsam hoch erbeuten! Huuuuiiii! Jetzt rutscht er wieder zurück! Hahaha! Hehehe! Hehehe! Weißt du, schön war noch einmal! Könnt ihr mal aufhören zu schubsen, bitte? Danke! Geh nix mehr! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Welcher? Oh nein! Oh nein! Ich fall runter! Oh nein! Oh nein! Kurz vor dem Ziel! Ich hatte so einen geilen Flow gerade, komm Bappi, mach mal Platz da vorne. Keiner am Ziel? Okay, Ehring Platz ist drin. Oh, mich hat's auf dem Glitch da was für runde pflegt. Oh, wenn mich Tomfahrer recht entknallt hat. Auf den letzten fünf Meter ab, ne? Diese Wichse. Ich fahre mir jetzt einfach geradeaus durch. Jawoll, vierter. Easy geradeaus durch, he? Ich bin letzter, mit zwei... Weil ich immer fünfter oder sechster mehr hatte. Waffel, da ist der Weg aber nicht. Fluch, fahr seitlich durch, dann kommst du schneller durch. Das habe ich auch schon die ganze Zeit gedacht, aber es hat nicht funktioniert. Ich habe reingezoomt. Ich bin durchgezischt wie sonst noch was. Also ich hatte gerade das Timing des Fotos und konnte mittig in eins gerade... Boah, das war knapp. Fast fest runtergefallen. Wo? Ja, es kommt. Let's go! Wenn du dich... Wollte mich ich... Oh nein, er hat mich Äquator nicht geschützt. Wollte mich ich... war leute weg gerammt das war es mit der ersten also ich war die fünf stunden schlafen weil es nicht mehr alles klar viel spaß viel spaß euch noch und wir sehen uns dann dafür macht mika jetzt mit ich mach mal kurz ein zigarettchen wenn sagtest du spielen wir forsa gegen gegen ende so gegen 6 uhr wollte ich das spielen ich wollte jetzt ungefähr bis vier uhr wollte ich ungefähr golf spielen weil ich hätte danach nämlich noch eine map die richtig geil ist die hat 40 löcher ich muss sie aber erst mal ganz kurz zwei leute rein und einmal vergeben passiert auch schon top power sehr schön ich kann es schnell noch unter irgendein mail vor da jo ja mensch wasch die ey was geht was geht na alles klar güterverkehr was güterverkehr güterverkehr wo bin ich hier gelandet bei tdr live stream von tdr wo nur bekloppte sind und herzlich willkommen bei tdr wo idioten auf idioten treffen tdr präsentiert ihnen ihren alltäglichen wahnsinn ja 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 und das um 20 vor 3 ich bin das gar nicht gewohnt drei monate nicht da gewesen und da kommt schon sowas wieder bei rum ersten tag wieder da und war das gefühlt drei monate ich war drei monate nicht da mehr oder war seit juni nicht da hier kommt er ist ich war das letzte mal hier da haben wir draft gespielt ich mache im sommer drei monate vier monate mal pausat mein zocken ja bei mir hat es einfach zeitlich die letzten zwei jahre nicht hingehauen dass ich großartig gezockt habe ok solange dann halt bei mir nicht ja ich weiß nicht ich hatte bei league of legends zum beispiel hatte ich keine ahnung die letzten zwei jahre 30 games und das war eigentlich mein main game wo ich am tag schon teilweise meine 10 15 20 games hatte mein main game war csgo da hab ich mehrere sieben acht games oder so ja die phase hatte ich auch ich hab 10 games oder so am tag cs ich bereue dass zweieinhalb tausend stunden dieses game verschwindet zu haben ja ich bereue es auch ich bereue auch der so viel geld reingeschickt zu haben das kannst du nicht mehr spielen hast du nur noch russische hacker oder toxische leute oder troller oder lieber das problem gibt es bei league of legends nicht sei einfach selber ein troller im normal game hey ruski ja weißt du mit wem du in den stöhnreise war meh jetzt muss ich ganz kurz überlegen muss es mit irgendjemanden von einer alten tro- mit passen nein ähm nina als ob ja ich bin dem letzten zur bank fahrer ihr habt dacht geht alter ich hab Bock auf den ich bin jetzt schon zur bank fahrer komm raus dann läuft auch jemand dagegen und ich hab kein Brille aufgett und dann hab ich gedacht hm kenn ich oder kenn ich nicht aber die person guck ich schon so an aber ich will jetzt niemanden treffen ach komm sag mal ich muss mal kurz raus die musik ist so laut jo müsst ja eh noch auf zockerpriester warten zur andere bank fahrt zum zum dönergang haben wir ein döner geholt sag mal blacky woher kommst du du ähm ich komm aus Sachse aus Sachse eigentlich aus dresden aber ganz aber ziemlich genau aus dresden hört man das immer mal an ich dachte es mir schon irgendwas stimmt der Fall ganz und geil ja hört man gell naja natürlich kennst du köppiger ja 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 genau ja genau ja du äh ich komm von konstanz aber mein vater kommt von heidenheim ach ok oh konstanz da war ich erst äh drunde ja da haben ich erst ein paar aviatankstelle gemacht warte was hast du da gemacht? aviatankstelle ich arbeite im brennschutz ah ja das ist doch was feines und ich sage dir ich sage dir flex man du hast irgendwas im auto was von meiner Firma ist black man nicht flex man äh black man doch gesagt black man nein du hast flex man gesagt ne du hast flex man gesagt ne dann halt black man tschau ja wieso schaffst du bei makita oder was? nein wo dann? hirt hirt ja ah die gute alte hirti ne nicht hirti hirt 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 mhm das ist derjenige wo das Werkzeug und Material einkauf steht richtig Schrauben und Dübelservice jetzt habe ich es auch mal verstanden oder wie unsere nichtdeutschen Bürger sagen würden wucht locker präst du wieder gebrauchst du noch? ja gut wir holen unseren stuff bei bti ja es ist ja eh nur dieselbe suppe ja also redest du bist gemütet äh ja äh 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 bin gerade fertig geworden also beziehungsweise was heißt wir so mein chef und ich halt ja kaufst du bei bti, kaufst du bei wirth, kaufst du bei wirth, kaufst du bei bti also ja ja das ist alles dasselbe ja reka genauso reka ist ja auch kommt auch da ja echt? je nachdem wie viele nach äh golfe noch da sind können wir auch vollgeist verschieben weil vollgeist ist ja eh nur für 4 Leute müssen wir mal gucken ob wir dann vielleicht noch ein spiel kriegen echt? ja vollgeist ist für maximal 4 ja ja das kannst du nur 4er lobbies machen nein nein aber sonst Blackman, Ruski, ich dann wären wir schon mal 3 ja aber ich hab sowieso nur extra auch geplant ich hab da auch voll Bock drauf ich hab mir die Videos anguckt das ist ja so witzig ich hab da auch Bock drauf ja das ist so Takeshis Castle ja ja Takeshis Castle war wundertoll das macht's ey ich hab sowieso das gesagt wird Leute irgendwie am Anfang in Schlagerprixzen über tausend Meter in Luft fliegen und direkt durchs Zifil fallet das Ding ist echt witzig das ist gut ich glaub wenn ich vollgeist hätte könnte ich dann gut abräumen ich hab da ein paar Tipps und Tricks schon du kannst ja auch zum Beispiel bei dem eine da wo wo hier erzähl mir doch mal erzähl mir doch mal er hat sich gerade an die Licht warum Phil grad einen besseren Ping hat er als ich oder warum hat er einen besseren Ping als ich das kann ich dir nicht sagen ne komm mal starten wo stellt man eigentlich sein Ball all in den Option in den Optionen und dann hast du da diese Ballkopf mit WASD könnt ihr den Ball steuern ne oh Gott ist das komisch erstmal Ehrenglatze weg rauchau und so weg da weg da weg da weg da das war aber neu etwa ja mach mal Platz da blau ey äh spielt ihr schon fang jetzt gerade an ja ich bin im Hauptmenü äh du musst aber wobei dann verpasst du glaube ich weiß nicht wie das dann abläuft hast du nachjoinen nein nein da müssen wir nochmal kurz rausgehen wenn Basti im Hauptmenü ich bin es hat gestartet oder dann bin ich im Hauptmenü gelandet boah ich fahr grad so gut oh oh ich fahr grad so gut oh boah dann fix einmal alle neu einladen hab ich irgendwen vergessen ich glaube nicht na ja 1 2 3 4 5 6 ne mein Zahnstöpf der passt boah boah hat's nicht ne kein Involk ach ne dich kann ich nicht einladen weil ich dich nicht in der Freundschaftsfreundesliste habe ja wird sich ganz schnell ändern ja ne ich hab ich äh Dings Meatball hat hat das Spiel nicht aber er hat grad im Chat geschrieben so ja er hat im Chat grad moin geschrieben also achso I'm back in the hood moin ja genau ich hab nicht auf den Chat geachtet ich muss trink erstmal oh boah 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 oh das erinnert mich grad boah boah wie heißt das boah 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 du musst das wie der Asiate sagen cheeseburger guck mal lade ich dich ein bist du schon drin ah cheeseburger ja ich hab's über dein Profil direkt gemacht ah nicht der Asiate, Russe mein ich das Russe der sagt immer cheeseburger burger burger give him cheeseburger was für ne Burger sagt er so ja leck ja was für ne Burger musst du dafür die Käseburger sind jetzt alle drin ich hoffe jetzt bleiben sie auch alle drin was welcome welcome to the jungle connection to the hostess bin ich ach komm Quartor weg da jetzt boah warum bist du denn jetzt raus geflogen ich weiß es nicht he 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 nachjoin oder müssen wir schon wieder ne neue Lobby machen ähh loading Moment naja müssen wir ne neue Lobby machen governo go nein klauf fahr 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 reinde 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 und er hat mich noch überholt ihr wütter gewohnt hat er mich noch überholt ich war bei mir zweiter Dö, du warst vierter Was? Was? Du bist zusammen mit dem Lila-Lunde vorne rechts ins Ziel gekommen Ey, wirst du mich verarschen? Ich raste gleich aus Nein, du fährst noch da unten zurück Haben wir die Sicht von dem Ballung geändert? Äh, raus, Mausrad Jetzt habe ich aber den Speed, jawohl Also, Nach-Train funktioniert nicht Oh Mann Aber es sind ja nur Zehn Maps Oh ja, da mach ich einfach bei der nächsten Karte mit Ähm, ja Ja, okay Sag mal, wieso man da durchkommt? Easy Warum fliege ich denn jetzt über die ganzen Teile? Darf ich da jetzt mal durch? Dö Ich frage ich Ich werde mich da überholt Was die Aber ich bin zweiter geworden, immerhin Irgendein Spackhorn Ich hänge am letzten Rad fest Ich hänge am letzten Rad fest Und da wurde Ruski wieder überholt von Mika Alter, wieder rein Ich wäre nur dritter geworden Tja, bin ich schon dritter geworden Ja, der letzte Rad mochte mich nicht Alter, wer war so an sie von euch? Wer hat mich da rausgehauen? Wo müssen wir denn da hin, eigentlich? Einmal nach rechts Oh Oh, ich fliege bis ins Ziel Ich fliege bis ins Ziel Oh, sie ist schon bis ins Ziel geflogen Nein Genau, falsch auf den Kopf gelandet Nein Wer ist das, der fliegt da? Mika, ja Oh, nee Der Trick ist es Ihr müsst euch einfach nur hochhauen lassen Und dann versuchen, in die Richtung zu lenken Bei mir ist da eine unsichtbare Wand Oh, Zocke, der war gut Oh, jetzt aber Jetzt bin ich letzter halt Egal Ziemlich gut gelaufen Naja Kommt Platz her nicht, aber Ey Ach, da geht er runter Hallo Verstopfung Die Minecraft the Dropper Wenn man das kennt Einfach runterfallen Hallo, ich hänge hier fest Bitte weiterfallen Dankeschön Hallo Ja, ich kann nicht weiter achten Ja geil, ich hänge zwischen zwei Hölzern Komplett fest, die schiebe ich nur noch Also Ach, jetzt darf ich auch noch Ach, vierter Fünf Vor, Rusky noch Ich hab Rusky noch überholt Ja, ein Holz hat sich einfach bemerkt Und ich bin einfach gleich durchgehend Das waren einfach zu viele Leute Das muss doch eigentlich pures Lack sein, oder? Was war das? Also, ich bin schon durch Nice Warum bin ich da runtergefallen? Weil da ein Loch ist Easy Aber wie komme ich da rüber? Ja, du musst ein bisschen hoch Du musst... Nein Ja, kack's beim dritten immer Ah, ja Easy Erster Grund Man muss halt den richtigen Schwung nehmen Ja, ich bin gegen die Gefahr Ja, aber wenn du gegen fährst Dann fliegst du Springst du häufiger Ja, ich bin auch gegen die Gefahren Und das ist Nein, ich bin immer mit Ich bin immer mit Voll nach ober Und bin dann zur Seite runter Ja, geht auch Immerhin ich letzter Kann sich nur um Stunden handeln Ah, eine Minute 35 habt ihr noch Ja Ah, ne, doch nicht Ich bin noch einer Seltsam Ja, kann sich nur um Stunden handeln Du musst ja weiter mit Immer noch eine Minute Natürlich brauchst du fast eigentlich nur treiben lassen, ne Von den Dinger Hui So, ein Netco, ja Geronimo Oh, nicht schon wieder Ne, das Loch ist da Schade, das Loch ist zu klein Och, Leute Ich darf weg Rusty ist erster Ja, ja Ich frage mich nicht warum, aber Du bist halt durch das erste Loch gut durchgekommen Ich habe einfach gar nichts gedrückt Ich habe einfach eine Rollen lassen Immerhin zweiter Einfach gar keine Taste drücken Nix Einfach rollen lassen dann Jetzt kommen die Wippen Ach Ich habe einfach mal ein anderes Loch genommen, ne Ich wurde rechts auf die anderen Sachen Geschleudert und konnte da in das Loch reinfahren Nein Nein Wie kann denn das sein Oh Gott Ja, da rüber, da rüber Nein Da Ich muss da, nee, oh Nein Oh, meine Fresse Wie habe ich das geschafft? Komm doch einfach da rüber, du scheiße Nein 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 Ich bin nur hier am letzten Blatt Ich bin am letzten Blatt Ey, Basti Ja Was haben die da eigentlich für Probleme? Was? Was haben die da eigentlich für Probleme? Ich weiß nicht Ja, gar keine Probleme Ich bin nur hier Was? Wollt man halt einfach mal ismal Hahahaha W będzie Jawoll, Plasma is auch geschafft Gibt doch Geil Ich dreh nochmal mal extra rück Eine Minute dreißig hast du noch Ne, ne, ne Ja, mach ich nicht Oh, oh, nein Wie ist da hoch? Nein Nein! Nein! Oh Gott! Wirklich magisch. Freifluch. Oh. Ja? Nein! Halt doch an den Kackball! Echt? Ich wusste auch nicht. Ich wusste auch nicht. Aha. Darauf den komischen Kreis. Okay, fahr mal hier lang, wa? Ja, komm. Ja, das wird meine Lost Map sein. Oh Gott. Nein, komm. Sei nett. Einmal, bitte. Ist das, wenn ich jetzt hier reingehe? Ja. Das zählt auch. Das hab ich ja auch gemacht. Das hab ich ja auch gemacht. Ja, das war bei mir jetzt grad Zufall. Wurde ja auch auf die Map drauf geschleudert. Wurde ja auch auf die Map drauf geschleudert. Da anhalten, da anhalten. Ist richtig? Ich steck die Klappe auf, reißen und krank. Was haben die eigentlich alle für Probleme? Weiß da was? Ja! Ja, Mann. Da kann ich ja nix für. Fünf Sekunden hättest du eh noch gehabt. Oh, alles klar. Egal, dritter Platz, aber... So, ja. Das ist ja... Ja! Easy, Mitte, schnellster Weg. Geht doch weg! Ja, komm, zweiter Platz. Sehr schön. Mika, dritter, ganz knapp hinter Ruski. Ja... Ah, fünfter... Nein, nein, nein! Der siebster Platz hat mich grad so was... Wen hab ich da grad überholt? Misch, Misch. Misch, Misch. Komm. Der Weg wird der richtige sein. Ja geil, der Weg wird der richtige sein. Du musst ja erst mal durchkommen. Hallo! Ich bin halt fett, kann ich auch nix für... Diese ganzen fetten Bälle hier. Hallo! Platz da jetzt! Ne, ich geh lieber da rum. Da ist der Digga los! Komm Mika! Schneller! Wop! Nein! Wie ich hinter mir nur höre, wie die anderen sich gegenseitig wegrammen. Ey! Leckmann ist zweiter! Du hast die dritte! Du hast die dritte! Zurück! Nein! Ich hab ihn noch überholt! Noch überholt! Ja! Ja, genau! Jetzt Platz da! Was soll das hier machen? Ja, du musst eben... Du musst eben im Baseball-Corp landen. Ja, 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 ja! Nein! Ey, Quart, nur mal so nebenbei. Das ist auf jeden Fall Baseball, oder? Ja, ich hab Basketball gesagt. Du hast Baseball gesagt! Ich hab... Sechster Platz! Entweder hab ich Basketball-Corp oder Baseball-Corp gesagt. Auf jeden Fall hab ich was mit Corp. Du hast Baseball-Corp gesagt. Dann war das Baseball... So... Ich bin Erster geworden, weil ich... Aber diesmal war echt schlecht. Aber auch nur, weil ich dreimal hintereinander Erster geworden bin. Mein Gott, die ersten Maps waren gut. Und dann hol ich den siebten Platz. So... Da! Mushroom Land! 40 Halls! Und jede Map kannst du mit, ähm... Hole in One schaffen! Ihr hättet nicht rausgehen müssen! Wie viele Löcher sind das jetzt? 40! Ja, dann warte! Lass mich ganz... Sonst verhungere ich nachher! Äh, zammt ja doof! Ich würde auch mal eben kurz aufs Klo gehen! Jo! Müsst ihr eh erstmal runterladen! Der Bauch muss da erhalten bleiben bis zum nächsten Mal! Ich... Ich... Äh... Ja, jetzt! Da steht irgendwie weit von kurz... äh, 15! Was? Strokes 15! Du hast... Du hast 15 Schläge. 15 schläge machen ja gut aber das ist an art diesmal ist das mini golf richtiges golfen ich trinke gerade extra nicht so viel und es auch extra nicht so viel dass ich nicht so häufig auf toilette rennen muss aber ich müsste mal nachgucken was eigentlich unsere bot hat ja bisher noch nicht einmal gepostet ist mir aber auch nicht aufgefallen erst mal ein paar chips essen war wahrscheinlich der falsche knopf das war der falsche knopf oder ich habe ich habe stadt verbindungen ich habe mich komplett neu verbunden mit meinem rakan jetzt bin ich halt nicht ich meine ohne klein enttäusch hatte ich krami ansicht im london nicht mal gucken wir mal was der butler sieht ja so raspy und waffel nein so will ich das will er in den chat sehen ich habe schon wieder jemand im teamspeak ich habe gerade ein lustiges bild auf discord bekommen deswegen ich habe schon wieder jemand im teamspeak ich muss dich hier jetzt reinschicken achja die among us memes sind einfach göttlich bei mir deckel von meiner chips dose da raspy und milker müssen auf bereit drücken ich habe das noch scheißen wollte sich was essen holen er wollte nicht scheißen gehen hat den weg zur toilette nicht eher zur küche nicht gefunden ich habe jetzt den botnummern eingestattet habe ihn gefragt und er sieht dass sich alles in den stunden später ein jahrzehnt später rask ist wieder da sehr schön starten ich muss auch an so ein ganz schönes stück nein nein was habe ich denn jetzt gemacht nein ach komm jetzt muss man erstmal wieder hier klarkommen mit bidolmer und so achso achso stimmt hier ladigeide hier muss ja hier muss ich im servo mit ums das ist ganz schlechter scherz das ist ganz schlechter scherz das ist ganz schlechter scherz oder ja hier musst du links klick gedrückt halten und dann maus zurückziehen und wieder ich raffe gerade gar nichts das war ein bisschen fest doch könnte passen ja irgendwie oder auch nicht ich muss noch ein paar Anfassungen machen weg mal nicht so schnell ja ich muss aufpassen sonst das wirst du eigentlich blitzt ich blitzt ich auch mit handy am steuer 108 nach in punk hat ihr passt ihr aua immerhin die werbung dann fragen die andere leute bei uns in der stadt können wir bei uns bei euch im vorgarten stellen mit unserer blitze direkt unter der hecke kein Problem, das schätze ich dann bei den Leuten in den Vorgaben also ich hab sogar links, weil Zeidungen im Leserbrief geschrieben bei uns haben sie auch in den Knommen und direkt so hinter das Ortsausfahrtsschild macht, dass der genau auf den letzten Meter vorm Schild geblitzt hat und danach kommt halt nichts da kommt keine Ortschaft mehr, da kommt gar nichts und der Blitzer ist einfach nur um Geld zu machen, weil genau dort ein kleiner jetzt noch ach Mika da kannst du die Möglichkeit einstellen ja gut endlich mal scheiße das war ein bisschen fester, aber eric lasst uns hier wieder hole in one hole in one nein nein ja du bist schon ein Arsch Mika, warum? das war ein bisschen, das war ein bisschen arg alter alter fasst du bei einem Ding moin, Emendor oh, das war oh, das war oh, das war verzeih ich dir niemals du, was sind ich war genau im perfekten Dich oh, hallo also das mit dem Schlager hab ich halt noch null raus ich hab das Gefühl die haben das auch ein bisschen verändert du hast, du hast null null Plan über deine Kraft jetzt kommt schon das dritte Loch von 40 aber wie macht man das am besten jetzt man schlägt nämlich oh, scheiße wer hat mich da jetzt oh, Caprice, du stehst mir im Weg ja, ja, ich bin ja schon auf dem Weg das reicht, das reicht jawoll will mich noch jemand anstupsen ganz leicht ja, mach ich nein, mach das nicht das hat da hole in one schießen über den Dings jawoll ich wollte mich fragen, wer das ist und den Ant-S anstupsen Alter, Emmendor, sei ruhig na ja, na ja, na ja, na ja, 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 ja oh, ne du Penner du mieser Penner warte, da unten ist das Flam da ist das Zweite es gibt zwei Löcher hier ja, mach ich wir können gar nix ihr wisst doch noch ist noch quatschen kann jeder warum bist du vorhin einfach beim zeichner raus abgehauen oder was zu sagen das war ja mal gar nichts die maus noch hinziehen ich gehe mal in einen anderen raum mit der maus er hat mich da jetzt gerade in der lüge getrunken ja aber basti hat dich weggetaunt oh wirklich unmöglich black man hat jetzt rusky geblocks ich wollte einfach black hier richtig wegschirmen dann haben wir da nicht funktioniert der ist einfach wie eine titan ampel in einem weg gestiegen gewesen was ich bin und zwar und könnte es besser was das war ein bisschen zu fest das war ein bisschen zu schwach ich muss die maus gefühlt offen noch auf noch einen tisch hintermischung zu viel ich auch dpi von der maus einstellen sollte helfen dpi von 27.500 machen seit dem neuen update ich bin schon einmal mit 14.000 probiert da fliegt soweit außerhalb der netz black man hat es immer noch nicht geschafft und ja 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 bleibst du jetzt oben ja doch holst du jetzt nicht mehr jawoll und das war zu schwach ja 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 einfach mal hier liegen ich habe mich doch lieber rein ich habe gerade den schläger davor und bin irgendwie ins nirvana geflogen ich bin auch ins nirvana geflogen ich bin auch ins nirvana geflogen volle möge was die wartet erst bis alle anderen weg sind ich mache mir gerade einen pudding ich habe hier feinste rote grütze aus dem tetra pack was jetzt rote grütze aus dem tetra pack ich kenne das nur aus den plastikdingern im kilopack so was muss ich denn überhaupt machen geradeaus ja aber was geschieht im weg ja du sollst mich da auch weg du hast einen weil und den musst du mit dem schläger schlagen anter NEIN ich weiß ja nicht wo ich bin und ich muss das machen du bist voll im marsch ja du kannst f drücken dann setzt du dich zur letzten position zurück oder r drücken dann kriege ich ja schläge nein ist ausgestellt nein ist deaktiviert ich mach ganz kurz zwei räume weiter mit der mars wir gucken wo mich der weg hinführt was schreibt emendor da die ist wo ist denn der schreibt halt gerade richtig österreichisch ach so was ich ach jetzt halt ich glaube das ist nicht emendor das ist glaube ich chili freak der gerade schreibt ne das könnte jetzt emendor gewesen sein aber ich habe es kapiert ich muss es gerade bloß nochmal lesen one hole in one ich bin gefühlt auf die andere mit andere bank nein nicht da unter holen hole in one weill ich gerade irgendjemand voll gewollt kommt ich habe gerade irgendjemand geschlagen hole in five hole in five hole in five 車 geben oder diese gewalt hier haaa ja Sol zuhneislop Wo ist es mit euch? Bist du auch reingehen? Die Katze guckt da jetzt so ganz gemütlich Hey, das ist doch Dreh dich mal um Ja, wie machst du dich? Bin ich wüsend Ja, das mit L Ach, mit L Party, Disco, Pogo Loll Oh, das war ein bisschen zu feste Da war mal kurz ein Quartor im Bild und dann war das Quartor wieder weg Nein Könnt ihr mal bitte aufhören mich hier Jawoll All in one in drei Okay Lack Oh Nein Tschüss Doch mal Ist auch in Ordnung Ja Jop Schick mal, ich hab dir nur WhatsApp geschrieben Scheiße, Alter Also diese elf Schläge Ich hab aber in der ersten Runde elf gebraucht, glaub ich Nein Scheiße Das ist blass Ah, hole in one Ja Oh oh Nein, schon wieder zu schwach Zu schwach auf der Brust Zu schwach auf der Brust Wo muss ich denn jetzt überplayen? Oh, es gibt hier also 13 Einfahrten Mhm Geil Geil Ich hab richtig viel an Wo bin ich denn jetzt gelandet? Wer hat mich denn jetzt gehauen? Da ist noch ein anderer geflogen So ein roter Oh mein Gott Ich hab keine Ahnung Wo ich jetzt hinfliege Aber Blackman guckt sich einmal die ganze Map an Bevor er sich für ein Loch entscheidet Ja, ja Das kann man aber Volle Pulle drauf Das ist witzig Jetzt einfach den Schläger Und jetzt Guck mal Das funktioniert sogar Ach du Scheiße Wie wärst du mich denn jetzt gestalten? Wolle ich wieder zurück Und rein? Und rein? Nein, nein, nein Wer ihn nicht war, dann muss ich zurück Der ist im Blackman Tom Tom Tommy Einfach volle Pulle drauf Hab ich gemacht Ich bin geflogen Ähm Je nach Spiel war Fallgeist am Endor Und eventuell hätten wir noch einen Platz frei Bin ich mein letzter? Was ist denn das? Ich schlafe, braucht man jetzt Oh komm Ho Wo fliegen ich hin? Ganz weit weg Oh komm Du Du Beiß Katze Soll ich zwei Schläge gebrauchen In der Katze da? Warte ich mach nen Scheißhaufen draus Wohingeschosse Ja die Katze wurde einfach mal reingehauen Bitteschön Ich hab irgendeine Katze nichts Mit oder ohne Mais Was? Mit oder ohne Mais Jetzt gibt's nen Kackhaufen wo du halt Mais oder kein Mais drin hast Lecker, lecker, lecker Hoffentlich ohne Ja ich hab So, jetzt kann man mit Kätzchen Mal gucken ob das klappt Leider nicht Bin in den Brunnen gelandet, zählt das auch Natürlich klappt das Natürlich klappt das Ne ob das fehlt Faschi du hast das sa- Was war gemacht? Ich hab bloß Oh fast in einem Ich hab bloß Oh schade ich dachte ich könnte mich so vor das Flecky legen Optionen Hallo, ich will den Ball anpassen Ich hab noch keine Hüte und Skins Ich auch nicht, aber Du kannst trotzdem die Farbe ändern Oh 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 Cool Da stand so ein Zockerpriester Zockerpriester stand mir im Weg Der Arsch Weißt du Даже her Oh Tommy Oh Tommy Weiß? Wolltest du mich grad wegauen? Ja warum ich wär doch ehlich reingekommen oder? Tschüss, wer auch immer rausgegangen ist Ja? Aus dem Tarz Channel ist einer rausgegangen Ob sich Nuri jetzt einloggt. Was? Nein, das war hoin-hoin, ich war drinnen. Man, warum sprichst du da wieder raus? Nein, das war zu weit. Belastende Scheiße. Er springt wieder raus, der Ball, ohne Witz, leider. Oh, ja, ja, nee. Ach, das gibt's nicht. Ach, schnauze. Ach, schnauze. Oh, nee. Ich wär fast reingeflogen. Oh, ich dachte schon, Quarto hätte ein Hole in One gemacht. Schnauze. Das gibt's nicht. Waski springt auf mich rauf und ich bin da nicht reingeflogen und er flischt weiter. Wow. Nein, falscher Knopf. Oh, der war wies, hey. Ja, das ist er. Jetzt erstmal ne Runde Wein. Oh, ich glaub, das war falsch, einfach voll drauf zu rotzen. Oh, fast, fast noch. Weil hier find ich das geile, entgegen jetzt zur Golf-Film ist ja, wenn du jetzt kannst den Schlag nochmal abbrechen und kannst ihn nochmal neu ansetzen. Und musst nicht dann, wenn du einmal gezogen hast. Nein, oh, du bist schwach. Die Runde hat mich gefickt. Ey, wer hat mich da geblockt? Ja, ja, ja. Oh. Oh, ich warte einfach nochmal, da können mich ein paar Leute noch hauen. Oh, warum hab ich gerade, oh, ich hatte gerade FPS Drops. Hoppala. Du bist so ein Arschloch, einfach nur. Einmal alle abgerollt. Wie kann, wie kann, wie kann man so sein. Erfass, ich steh wieder am Anfang. Ich weiß, das war der Plan. Wie könnt ihr denn eure Ball fahren? Optionen und dann auf den Ball drücken. Einfach auf den Ball drücken, ja. Was? 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 Ich wollte mich einfach so wegschwettern, aber er hat nicht funktioniert. Zauber, Alter. Eigentlich mach'n Blick hier und ich dann immer in dem Game, aber... Komm, ich mach' das jetzt einfach Hollow One. Oh, fast wie dein Arsch. Das war'n auf jeden Fall richtig mit dem Hollow One. Oh, das kommt noch ein bisschen, hätt' quält. Ja, komm, zwei ist in Ordnung. Äh, ich hab' Arschkarte irgendwie. Nee, mein Spiel ist abge... Ich hab' verstanden, was Elmond Dollar geschrieben hat. Mein Spiel ist schrott. Oh, ich muss mein Spiel beenden. Warum? So. Abgestürzt. Oh. Hat die Maus so weit nach hinten gezogen. Du warst eh auf dem letzten Platz. Dicke? Nein. Du warst zweiter. Du warst zweiter Platz. Jetzt kannst du ja nachschalten, weil bei uns bist du nämlich noch nicht rausgeflogen. Echt? Ja. Bei uns stehst du noch... Ah, jetzt bist du rausgeflogen. Das war auf jeden Fall ganz schlecht. Warum mich da gerade geschlagen hat? Oh Gott, das war sehr, sehr schlecht. Da kann doch gar nicht beitreten, ja. Ne, leider nicht. Ne, leider nicht. Als ob er... Alter, Ehre glatt sind, Leute. Haha, jaaaa. Aber ich hab vorher trotzdem einen von... Ach, ja, okay, dann... Ah, okay. Ich musste gerade nur einmal... Ne, zweimal schlagen. Und die anderen haben Blackman gemacht für mich. Mal kurz zum überlegen, wie er sofort von der Bahn zerhauen, aber... Boah, was hast du für ein Problem? Ja, 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 mein Freund, das... Du hast jetzt... Es kommt halt davon, wenn man mich weckert. Ohohohohohohohohohohohohohoho. Oh, er hält ja auch noch weg. Ah, nein! Du bist jetzt so schön... Dann piste auf! Ist ein Arsch! Du warst halt die Bremse für mich. Alles easy. Ich roll ruhig noch mal in die Richtung, Blackie, du machst das. Hä?! Wie kann ich wieder die Welt erkunden? Erstmal auf die falsche Map... Du musst halt mit dem Müll spielen. Ein kleiner Wissett. Du lachst doch so schön. Ich hole ihn wieder. Warte. Jetzt kriegst du den Drinkel. Im Platz hole ich dir wieder. Nein, ich bin doch so blöd. Oh. Ich habe vorhin einen Schlag verkackt. Hör doch auf. Ich habe halt den Knopf gedrückt vielleicht. Nein, ich habe einen so schwachen Schlag abknallt, dass nichts passiert ist. Ich muss aber erstmal hinbekommen. Nein. Danke, Ruski. Du hast mich gerettet. Warte erstmal, bis alle wegkriegen. Ruski hat mich gerettet, sonst wäre ich wieder zum Start gekommen. Ich habe darauf gewartet, aber du bist so ein Arschloch einfach nur. Oh je. Nein, das kannst du nicht sein. Kannst du jetzt nochmal beitreten, Fett? Nee, geht leider nicht. Welcher Arsch war das gerade? Ey. Wow. Nein. Was? Ich habe die Maus so weiter hingezogen. Ich habe die Maus gefühlt bis in den halben Raum bei mir reingezogen. Oh. Raus, tschüss. Was? Muss ich denn da hin? Oh fuck. Faschtole. Ja, das könnte... Nein. Nein, ich mache nichts und das ist sie. Ne, Blacky, vergiss es. Alles bevor ich da hier gleich... Jawoll, Plasma macht. Fehler. Alter. Was? Du warst doch drin jetzt gerade. Du warst doch drin? Ich war... Also... Mehr drin. Ich bin von oben direkt in das Loch reingesprungen. Ja, aber anscheinend nicht für das Spiel. Ich hatte ein 32-Tick gegeben, ne? Bis ich halt... Bis ich halt wieder rausgucken. Jawoll, Hall-in-One. Oh ja, drehen wir mal unseren Stuhl. Oh... Mal die Beine nach oben. Ey. Ermünder kommt aus der Hauptstadt. Fuck. Quartor holt auf. Ich habe gerade gesagt, ich habe Hall-in-One. Ich hab nur drauf gefahren. Roski, du hättest F drücken können, da wärst du wieder an deinem Punkt gewesen. Ich hab gar nichts gedrückt. Ich bin nur ein paar aus dem Lab rausgeflogen. Ja, aber du hättest F drücken können, da wärst du bei deinem letzten Punkt wieder gestartet. Erzhaft? Ja. Ja, Blacky, alles klar. Denk ich mir. Aber ich bin immer noch... Bin ich noch vor dir? Ja, zwei Punkte noch. Oh, das war ein bisschen zu fester. Das war ein bisschen zu schwach. Nein! Bin in das Loch reingefallen und hab wieder rausgefrutscht. Ich will's irgendwie mit wegschlagen, oder? Bleib stehen, bleib stehen. Das ist ein ganz schlechter Scher. Ich zieh die Maus ganz leicht. Hey, der macht einen riesen Schlag da raus. Quartor, du Mixer. Wenn ich fünf Schläge brauche, brauchst du auch mindestens fünf Schläge. Ich konnte meinen Abstand wieder einpucken nach dem Frauenausbau. So ein Arschweiße. Okay, man muss auf jeden Fall richtig Vollgas geben. Oh, I see. Nicht Vollgas? Nein, absolut Vollgas. Aber wenn da Leute im Weg stehen, dann kann ich das nicht. Vollgas. Wo flieg ich hin? Wo flieg ich hin? Wo flieg ich hin? Ich bin gefühlt bis Australien geflogen. Weil wenn da einer im Weg ist, dann irgendwie kriegt man da so einen komischen Boost. Ach so, da muss ich hin. Sag mal, der meiner. Komm. Komm. Ich hab fast ein anderes Loch getroffen. Darf ich jetzt mal da drauf... Jedes Mal fall ich die Kacke da runter. Sag mal, warum ist denn da dieses Dach im Weg? Weil das Dach im Weg ist. Sehr schön, Tom. Guck mal, ich hab's jetzt auch mal in zwölf geschafft. Tom, die macht nichts. Sie warte hier oben auf dich. Das ist gut. Warte, schön, dass du dich selbst direkt entfährst. Ja, also das Geile ist, dass sie die Maus gleich schreit. Ein Stück nach hinten, dann... Ah, sind da nur sechs Schläger. Zieh ich die Maus gefühlt bis halb in den Raum rein, dann passiert auch nichts. Muss ich die Maus aber gefühlt noch drei Räume weiterziehen, dann geht das. Dann zieh die Maus... Du kannst auch in den Optionen, hast du die Option Schlägergeschwindigkeit. Und in der Schlägergeschwindigkeit kannst du auch einstellen, wie stark du schlägst. Na ja, Mausgeschwindigkeit 1,0 und Schlägergeschwindigkeit 10,0. Ja geil. Mausgeschwindigkeit 1,6, Schlägergeschwindigkeit 16,5 und Dp über 10.000. Ich hab's jetzt auf 1 und 10. Darf ich jetzt mal Wies auf der Map bleiben? Oder fall ich da runter? Ab da runter. Ich bleib auf der... Ich bleib auf der Kante liegen, Blicki. Bist du Lack? Ich wart hier voll auf die. Ja komm, komm runter. Ich schlag jetzt gegen die Maus, dann wangelt sie und dann fällst du wieder runter. Ich will 10, bitte tu es. Bitte, bitte. Es macht doch einfach, ihr habt nur noch 20 Sekunden, dann habt ihr 17 Schläger. Alter, ich musste meine DPI dringend runterstellen, ich war ein bisschen zu schnell. Wär ein bisschen knapp geworden. Ja, da bin ich jetzt ein hinter Blacky. Aber das holen wir direkt wieder rein. Ach man. Ja, geil. Ach man. Was ist'n das? Ich zieh jetzt erstmal die Maus bis halb in den... Hallo. Ja, das war wieder halb in den... Wieder ein Schlag mehr als irgendein Glatzer. Kleiner Tipp, geht durchs Loch, das geht besser. Ja, geht durchs Loch, meine Maus sagt sich manchmal immer mal so. Ja, fliech rüber. Alter. Ja. Wir haben ja auch noch 15 Maps vor uns. Ich hoffe, Blacky ist noch nicht da. Ja. Nee, bin nur dran. Links durch die Röhre, dann funktioniert's auf jeden Fall. Er versucht ja die ganze Zeit. Oh, wenigstens bin ich von Mika, das reicht. Wer ist nicht letzter? Relativ weit rechts von... Ja, Mika. Mika hat noch 37 Versuche, alle ist easy. Du ziehst viel zu weit nach links. Ja, jetzt hat er eh 15 Schläge, jetzt ist eh Ende. Hä, du hast noch 50 eingestellt, oder? 50 Schläge? Nee, du hast noch 50 eingestellt. Nö, eigentlich hab ich 15 eingestellt, komisch. Anscheinend. Ich hab... Ah ne, das war die alte Map mit 15. Deswegen. Jetzt hat er noch... noch 31. Nein. Komm, du hättest noch 30 gehabt, alles easy. Komm, ich probier's jetzt einfach. Oh, ne. Nein! Dankeschön, Quarta. Du Arsch. Danke fürs Holy Warp. Ja, ist ja gut. Danke für den Kundensport. Ich frau mich, warum Blacky mich nie weggehauen. Weil du hinter mir warst... Dann übernehme ich das halt. Ich warte nur drauf. Soll ich schon wieder am Start anfangen, oder nicht? Danke! Nein! Als ob ich das gezogen hab. Passte. Wieder einen aufgeholt. Ja, wir sind... Ja, Emendor, wir haben noch bis Hole Nummer 40. Und wir sind jetzt bei 27. Was? Das wär Hole in One gewesen. Diese Kante? Komm, 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 komm! Ich hole in One, hole in One! Wenn genug da wären, könnte man eventuell auch mal GTA Online spielen oder so. Mit mehreren. Gernot. Das ist bestimmt auch mal lustig. Ja, natürlich. Da wär ich tatsächlich raus. Ja, komm, komm, roll, 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 roll. Jawoll, hole in One. Oh! Ich hab's! Hau jetzt ab! Hau jetzt ab! Hau jetzt ab! Hau jetzt ab! Na, na, na! Los, los! Ja! Oh! Ey, das gibt's nicht, ey, wirklich! Alter, Passte, der war gut! Das gibt's nicht! Einer nur da. Alter, nur da man! Jetzt hole ich auf! Oh! Das war viel zu lang! Der hat gerade rumpfschubst! Was ist hier passiert? Ich hab's eine Hole in One! hier auch noch mal einmal kommen da passiert ich kann es noch fünf minuten waren aber hier passt die letzte tja er hat mich denn jetzt schon wieder geblockt ich muss da dringend rein das wäre nicht gut geendet es wurde angesagt dass wir golf spielen nach einem morgen aus weil dann noch einige da sind wie macht man das dann bis wir haben nur eine wir haben zwei alles klar du hast mich geblockt war ich einfach mal ein hole in one schnell rein ich habe mich hinter mir nein ich wusste es ich habe das beschlossen ja oder irgendwer anders hat mich geblockt ich habe nur die ehrenglatze habe ich geblockt weiß ich nicht das ist der ehrenglatze der das gesagt hat ach so ich dachte es war mika gewesen ich kann eure stimmen noch nicht auseinandersetzen oh fuck ein knapp an hole in one vorbei also el chapeau ist echt hole in one danke blicky büsse schön so schaffe ich das nicht wenn irgendetwas auch immer nur zwei strokes braucht mein größeres problem ist basti gerade er kommt immer näher ne blicky vor dir und gleich auf mit mir wow da hat mika mich jetzt geblockt äh ich war im spawn ja das hat mich geblockt kann mal jemand quartopern ne nö geht nicht wach was denn jetzt passiert bitte was ich bin auf die kante geflogen und das war's für mich der kriegt ein hole in one weil er richtig geflogen ist ich hab halt überhaupt nicht damit gerechnet dass man so nen boost nach oben kriegt da stehen ja auch nur jump shroom ja aber ich dachte da muss man genau drauf fliegen ich bin nur drüber geflogen und hab übel zum boost gekriegt ja pflicht du erstmal von deinem web das ist richtig cool danke pilz nein fester ne genau so bei mir bist du einfach vorne und aufs gras gerollt vielleicht hat noch er zwei punkte ja dann lass ich schaffts natürlich ganz alter wirklich wie zwei millimeter ey NEIN ich wollte schon sagen ich wollte schon sagen dass du nicht reinholz wenn man die beiden gegenseitig geblockt beim reinfallen ne danke muss echt nicht sein ach ich glaub ich weiß wo's Ziel ist da wo die ganzen Beine nicht so das war ein bisschen zu fest da das gibt's nicht einfach Hä was war das jetzt das gibt es nicht ich habe direkt ins loch geschossen du hast mich geblockt es war mein hole in 2 nein jetzt ist ein vor mir das gibt es halt nicht wir wären fast rein das ist hallo ich wusste es ich brauche noch gar nicht schlagen das ist wie man vermisst dann komm dann mach ich auch mal beatball kann mich nicht bannen emendor wie soll man denn das ziel da oben links erreichen kannst du nicht mal ein paar mehr strokes machen da ist blacky perfekt nein ist nicht das ziel doch ist das ziel das ziel sind mindestens immer 2 strokes mehr kann doch nicht wahr steiner komm 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 hau ihn doch weg bicar was machst du denn oschi kann mich auch nicht weg bannen emendor ja weil ich dir geholfen habe du hast mich gar nicht berührt bei mir habe ich dich übelst berührt ja genau so kann immer 1 stroke mehr das ist immer schön das ist die falsche web wika das war er basti es ist jetzt noch ein Loch reicht das basti schickt mir ein habe ich doch gesagt blacky roh die grünze mit für mir geschmack ja lol aus dem tetrapack 1 liter alter aus dem tetrapack hahaha hahaha naja immerhin kann ich nicht mehr letzter werden immerhin vorletzten und drittnetzten platz also blacky ist entspannt oh wer war das Du musst gucken, dass das dahinten passt. Nein, nicht das Wasser. Nein, 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 nein. Holen. Oh nein. Doch nicht. Ja. Blacky bleibt es dann auch liegen. Ah, fickt doch die Henna, Alter. Tommi, mach was. Nein, 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 ich wollte ja gar nichts machen. Weißt du, was das Geile ist? Ich habe zwei Vorsprung. Du bist mit zwei reingekommen. Ich hau einfach mit drei rein. Da passt das noch, da bin ich einen Punkt vor dir. Egal, egal, da war es sonst im Herz. Das war schön. Ja, das war so knapp und ich bleibe an der Kante. Aber wäre ich liegen geblieben, wäre ich von der Wecke gehauen worden. Aber von der Lotte. Ach, die Rose stört geil. Nein, nein. Oh, wow. Ja, fast. Noch 43 Versuche. Mein erster Versuch war der beste. Mach mal so, Maus, nur zwei Zimmer weiter. Das ist nicht der Profi. Hä? Fallen, weil ich wieder weggeschlagen. Warum bist du? So, anwenden, schließen. Oh je, fängt sich ja schon gut an. Wenn du weit weg willst, musst du einmal um den Häuserblock, dann geht das. Er hat das umgestellt, er braucht nicht mehr so weit. Schon, dann muss ich dreimal um den Häuserblock laufen. Was schießt du hin? Ich suche ein anderes Ziel. Weil der Witz ist, bei diesem Spiel, wenn du auf einer anderen Map das Ziel triffst, zählt das trotzdem. Ich weiß. Er verschenkt gerade seinen dritten Platz. Ah, gibt Schlimmeres. Ja, dann hau. Guck mal daneben, dann komme ich auch noch einen Platz nach vorne. Gerade, jetzt erleben wir mal, wie viele Schläge es eigentlich waren. Ja. Ich habe eine Lampe als Helm gekriegt. Jürgen.